Hier habt ihr den Supermarkt. Hier haben wir immer eingekauft. Hier gibt es Cola, Fanda, 2 Liter Flasche Cola oder Sprite oder Light. Haben wir für 2,50 Dollar hier. Für uns aufs Zimmer. Kühlschrank hatten wir ja im Zimmer. Da kann man schon reingehen. Es sieht ein bisschen katastrophal aus innen drin. Aber es gibt alles. Wein, Rotwine, Sext. Man kriegt alles. Und es ist nicht weit vom Rio Hotel entfernt. Hier hier oben ist direkt das Rio Hotel. 5 Gehminuten vom Hotel bis hierher. Hier ist dann auch ein Subway, wo man was essen kann. Weil Getränke und Nebenkosten sind im Rio Hotel richtig teuer. Und hier die Collins Avenue gerade runter. Kommen wir bis drunter.